Moin Moin, ihr Schlawiner. Herzlich Willkommen. Ach, keine Sorge. Wir kommen da schon irgendwie. Dankeschön. Die Strecke ist frei. Wir können die Skyline... Na dann mal los. Ach, wie geil. Da kommt sie einfach mit. Lass mal ein bisschen stehen. Kommst du? Geil. So, welche Richtung? Da dann, ne? Oh, wo ist denn Elisabeth? Ach, da unten. Aufs Geländer. So macht man das. Wer ist das? Slade? Den Burschen kenne ich. Ich kann sich immer noch gern Feinde zu machen. Ich muss mal gucken, dass ich die Sprache irgendwie lauter stelle. Ich krieg nicht immer alles mit. Das ist scheiße. Auf gut Deutsch. Deutsch. Da ist das Luftschiff. Da müssen wir hin. Doch, da müssen wir irgendwie hin. Ra, ra, ra. Ga, ga. Oh, la, la. Wo ist Elisabeth? Höh. Schade. Hier, ein Gewehr. Hier, Munition. Booker, hier. Ha, fett. Jawoll. Das gefällt mir doch. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal das Schützgewehr. Gut, dann müssen wir hin. So macht man das. Tja, jetzt wissen wir, wo ihr alter Freund Slade. Besorgen wir uns dieses Rockjockey und dann nichts wie weg. Danke. Mann. Wo ist das Scharfschütze? Nummer 3 Who is the next? Who is the next? Oh, geil So, bevor ich jetzt weitermache Ich muss mal ganz kurz die Aufnahmen unterbrechen Wir sehen uns gleich wieder Nach einem ganz, ganz, ganz kurzen Schnitt So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype Bin ich auch erreichbar Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht Liken, Abonnieren, irgendwas Und wir sehen uns dann im nächsten Video Freut mich, wenn du wieder dabei wärst Bis zum nächsten Mal Deine